Hallo liebe Sternenfreunde, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Juli wird ein aufregender Monat, denn wir haben zwei Finsterniskonstellationen. Der Neumond am 13. Juli wie auch der Vollmond am 27. Juli erscheinen als Sonnenfinsternis bzw. Mondfinsternis. Außerdem wird gegen Ende des Monats der Merkur auch rückläufig. Was das für unser Beziehungsleben bedeutet, schauen wir uns gleich näher an. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass das Thema Verlässlichkeit ein großes Thema wird. Mit dem rückläufigen Mars neigen wir dazu, bei gegebenen Versprechen oder Vorhaben, die wir angefangen haben, Rückzieher zu machen und das kommt nicht gut an. Wenn wir aber bewusst damit umgehen und zu dem stehen, was wir zugesagt haben, auch wenn es schwerfällt, können wir damit unsere Beziehungen sehr positiv beeinflussen. Eine persönliche Horoskopberatung kann natürlich in dieser Situation sehr hilfreich sein. Da bin ich gern für euch da, wenn ihr mich braucht. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf meiner Infokarte hier im Bild. Auch im Juli gibt es wieder etwas bei mir zu gewinnen. Ich freue mich sehr, denn mein Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, ist jetzt in der dritten Auflage erschienen und das gibt es als Taschenbuch. Ich habe die neue Auflage auch überarbeitet und aktualisiert und ich verlose eins der neuen Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Mehr Infos dazu, wie ihr an der Verlosung teilnehmt, gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Meine Gewinnerin vom Juni hat den schönen Profilnamen Tanzstück und hat eine Uranusberatung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Bitte melde dich unter meiner E-Mail-Adresse, die jetzt unten eingeblendet wird. Ich setze mich dann mit dir in Verbindung und wir vereinbaren einen Beratungstermin. Jetzt wollen wir in die Sterne vom Juli schauen. Zwei wichtige Planetenübergänge haben wir in den letzten Monaten hinter uns gebracht. Chiron ist in den Widder gewechselt und Uranus in den Stier. Beides mit spürbarer Power. Und dazu gibt es zwei Video-Specials von mir. Schaut euch die doch auf jeden Fall noch an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Saturn, Pluto und Lilith stehen weiterhin im Steinbock. Neptun steht in den Fischen und fängt nun wieder an, einen Harmonieaspekt zu Jupiter im Skorpion aufzubauen, der bis zum August nochmal sein romantisches Potenzial entfalten wird. Alles über die Bedeutung der langsam laufenden Planeten und der langfristigen Tendenzen habe ich ausführlich in meinem Jahreshoroskop beschrieben und auch für welche Geburtstagskinder die jeweiligen Aspekte besonders wichtig werden. Das könnt ihr euch in dem Video vom Jahreshoroskop nochmal anschauen und es auch in meinem Buch nachlesen. Zu Beginn des Monats steht die Sonne im Krebs und die Venus, der Merkur und der Mondknoten befinden sich im Löwen und demgegenüber steht der Mars im Wassermann und ist inzwischen rückläufig geworden. Der Juni selbst klingt aus mit einem Vollmond in Verbindung zu Prüfplanet Saturn hier und das heißt viele starten, je nachdem wie der Juni gelaufen ist, mit Prüfungssituationen in den Juli. Außerdem bedeutet das, dass es viel zu tun gibt und dass man viel erledigen muss. Der rückläufige Mars zeigt an, dass uns teilweise der Schwung fehlt, diese ganzen Verpflichtungen zu erledigen. Am besten ihr nehmt euch vor, nur Sachen zuzusagen, die ihr auch wirklich einhalten könnt, selbst wenn es schwierig wird und Situationen, die viel Konfliktpotenzial beinhalten, sollte man weiträumig aus dem Weg gehen. Bis zum 11. Juli gibt es aber auch viel positiven Ausgleich, denn die Sonne im Krebs wird harmonische Aspekte bilden, erst hier zu Glücksplanet Jupiter, anschließend zu Romantikplanet Neptun. Das heißt, es liegt auch viel liebevolle Energie in der Luft, die natürlich auch das Flirten und Anbandeln begünstigt. In den ersten elf Tagen sollten wir uns auch bemühen, Konflikte, die eventuell im Juni entstanden sind, wieder beizulegen und das liebevolle Gespräch zu suchen. Wobei man sagen muss, zwischen dem 4. und dem 7. Juli können Gespräche auch hitzig verlaufen hier mit Mars und Merkur, wenn wir nicht aufpassen. Am 10. Juli, da wechselt die Venus das Zeichen und geht in die Jungfrau und sie bildet dann nacheinander vorteilhafte Aspekte zu den Planeten im Steinbock und auch zu Uranus im Stier. Und das kann uns helfen, angefangene Vorhaben auch mit rückläufigem Mars auf die Reihe zu kriegen, zum Beispiel, weil wir nette Unterstützung bekommen. Venus in der Jungfrau fördert unsere kollegialen Beziehungen im Job und überhaupt freundliche Beziehungen, die für gegenseitig Unterstützung sorgen. Der rückläufige Mars im Wassermann beschreibt eher die verbissenen Einzelkämpfer, die dann aufgeben, wenn sie der Schwung verlässt. Aber die Venus in der Jungfrau sagt uns, dass wir einfach um Hilfe bitten sollten oder auch anderen, die am Kämpfen sind, unsere Unterstützung anbieten sollten. Um den 11. und 12. Juli herum sind wir besonders inspiriert und haben viele neue Ideen, wie wir ein Projekt stemmen könnten. Und in den Tagen darauf lassen sich diese Ideen auch umsetzen. Und wir werden feststellen, gemeinsam geht vieles so viel besser. Für die Liebe heißt es übrigens, dass es im Kollegenkreis funken kann oder auch, dass man sich in seinen Arzt oder Heiler verliebt. Kritischer wird dann die zweite Monatshälfte, eingeläutet vom Neumond am 13. Juli. Dieser Neumond steht in einer weiten Verbindung, ist hier im Krebs, steht in einer weiten Verbindung zum Mondknoten im Löwen und erscheint deswegen als partielle Sonnenfinsternis, die aber in Deutschland nicht sichtbar ist. Astrologisch wirksam ist sie trotzdem. Außerdem ist es ein Freitag, der 13., da wird sich wahrscheinlich so mancher in seinem Aberglauben bestätigt fühlen. Sonne und Mond stehen an diesem Neumond in Spannung zu Pluto und Lilith. Das bedeutet, dass Konflikte, die jetzt auftauchen, sich zu einem Machtkampf entwickeln können, der uns noch ein ganzes Jahr lang beschäftigen kann. Es kann sogar zu einer Trennung kommen, weil man überreagiert und dann wird es schwer, das Gesagte oder Geschehene später wieder zurückzunehmen. In Auseinandersetzungen geht es vor allem um Familienthemen oder auch um eure Heimat beziehungsweise eure Wohnsituation. Es kann sich auch um einen Konflikt zwischen Familie und Karriere handeln, also wie viel Lebenszeit und Energie ihr jeweils in eure Familiensituation und eure Karriere-Situation investieren wollt. Und es kann schwierig sein, beides unter einen Hut zu bekommen. Im Juli ist ja Urlaubszeit, aber es ist zum Beispiel auch denkbar, dass sich der Chef meldet oder dass eine Krise in der Firma dazu führt, dass man plötzlich auch im Urlaub arbeiten muss und die Familie ist dann sauer. Das ist alles an sich nicht so schlimm, solange wir aufpassen, dass sich rund um dieses Thema kein Machtkampf zwischen uns und Menschen, die uns nahestehen, entwickelt. Eine Empfehlung der Sterne ist es, diesen Neumond zu nutzen, um sich von Vergangenem zu trennen. Pluto steht für den Einfluss, den die Vergangenheit auf uns hat und er kann uns herausfordern, von bestimmten Dingen endlich loszulassen. Dabei kann auch Vergeben und Verzeihen das Thema sein. Auf der praktischen Ebene könnt ihr diesen Sommer auch nutzen, um gründlich auszumisten und Dinge zu entsorgen oder auch zu verschenken, wenn sie noch was taugen, die ihr nicht mehr braucht. Aber bitte immer in Absprache mit allen anderen, die davon betroffen sind. Sonst gibt es noch einen Streit, weil ihr etwas weggeworfen habt, was zum Beispiel euer Partner gerne noch behalten wollte. Aber ausmisten und aufräumen kann ein guter Weg sein, auch psychisch und seelisch zu mehr Klarheit und Gelassenheit zu finden. Deswegen eignet es sich für die Neumond-Meditation darüber nachzudenken, wovon man loslassen möchte. Ist es seelischer Ballast oder ein alter Groll oder sind es ganz konkret Klamotten und Gegenstände, die man schon viel zu lange mit sich herumgeschleppt hat. Bei allem, was ihr euch vornehmt, ist in diesem Monat die Verlässlichkeit ganz besonders wichtig. Mit dem rückläufigen Mars kann es passieren, dass wir mitten in einem angefangenen Vorhaben keine Lust mehr haben und keinen Schwung mehr haben. Und jetzt stellt euch nur mal vor, ihr habt aufwendig angefangen zu entrümpeln und mittendrin verlässt euch der Schwung. Und alle stehen dann mit dem Chaos da. Ihr könnt euch denken, dass das leicht zu Konflikten führen kann. Deswegen, egal was ihr euch vorgenommen habt, zieht es bitte auch durch. Und nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Dann ist auch die Gefahr nicht so groß, dass es zu Enttäuschungen kommt. Ab dem 20. Juli bekommen wir noch einmal eine kosmische Hilfe von der Venus. Denn die wird sich dann zuerst mit Glücksplanet Jupiter verbinden und später auch mit Machtplanet Pluto. Und das sorgt dafür, dass wir einflussreiche Leute finden, die uns unterstützen oder auch, dass wir in Konflikten erfolgreich vermitteln können. Der Kosmos gibt uns also nicht nur jede Menge Herausforderungen, sondern gleichzeitig auch Lösungsansätze. Und die laufen immer wieder auf dasselbe hinaus. Wir müssen in Verbindung bleiben, im Gespräch bleiben, uns gegenseitig unterstützen und uns verlässlich zeigen. Am 22. Juni abends um 23 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und geht dann gleich in eine Spannung hier zum Uranus. Und diese Spannung und Unruhe baut sich dann weiter auf bis zum nächsten Vollmond. Währenddessen wird der Merkur rückläufig und zwar am 26. Juli und das bis zum 19. August. Der Löwe ist ja das Partyzeichen des Tierkreises und die Konstellationen mit der Sonne im Löwen versprechen tatsächlich viele spannende Events, bei denen man tolle und außergewöhnliche Leute treffen kann. Aber man muss aufpassen, dass sich solche neuen Begegnungen nicht als Ablenkung und Störung der eigenen Pläne herausstellen. Am 27. ist dann der Vollmond in den Zeichen Löwe und Wassermann und erscheint als totale Mondfinsternis, weil er hier in enger Verbindung zur Mondknotenachse steht. Die Herausforderung ist dabei, dass Mars und Uranus in Spannung zu diesem Vollmond stehen und das ist eine ziemlich explosive Konstellation. Zum Glück sorgen, wie gesagt, gleichzeitig Harmonieaspekte für Ausgleich. Trotzdem möchte ich euch davor warnen, in dieser Zeit Beziehungskonflikte herauf zu beschwören. Wenn sich der Mars als Kampfplanet mit dem Mond verbindet, die Lilith steht auch noch dicht dabei, da kommt es zu sehr aufbrausenden emotionalen Reaktionen. Man reagiert unangemessen heftig und fühlt sich persönlich getroffen. Dabei geht es häufig um Stolz und Würde, denn die Sonne steht ja im Löwen. Also Menschen, die sich in ihrem Stolz und ihrer Würde verletzt fühlen, die werden sich dann fürchterlich aufregen, selbst wenn der Anlass nichtig erscheint. Weil eine Mondfinsternis stärker wirkt als ein gewöhnlicher Vollmond, kann ein Streit, der sich rund um diese Mondfinsternis entzündet, anschließend noch drei Monate weiter schwelen und keiner will nachgeben. Die gleichzeitigen guten Aspekte von der Venus zu Jupiter und Pluto sagen uns ganz eindeutig, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Man sollte sich wirklich gut überlegen, ob es sich lohnt, in diesen Tagen Grundsatzdiskussionen zu führen. Dazu kommt, dass der Merkur rückläufig ist und zwar im Zeichen Löwe hier und das verstärkt die Tendenz, dass man sich aufregt, weil man Dinge, die gesagt werden, auch noch missversteht oder falsch deutet. Wenn ihr also in einer festen Beziehung seid, konzentriert euch lieber auf den Team-Aspekt eurer Partnerschaft und überlegt, wie ihr anstehende Aufgaben gemeinsam bewältigen könnt, indem ihr euch gegenseitig unterstützt. Mit Kritik solltet ihr äußerst vorsichtig sein, besonders wenn euer Partner Löwe ist, würde er das als Majestätsbeleidigung auffassen. Wenn ihr selbst Löwe seid oder in eurer Partnerschaft eine dominante Rolle einnehmt, dann achtet bewusst auf eure eigenen Reaktionen, wenn euer Partner ein kritisches Anliegen zur Sprache bringt und versucht, sachlich zu bleiben. Beziehungen, die nicht gefestigt sind oder ein Flirt, der gerade erst angefangen hat, können unter diesen Konstellationen leicht auseinanderbrechen. Was das Flirten angeht, sind die Sterne sehr heiß. Gerade in der zweiten Monatshälfte können sich spannende Begegnungen ergeben, die mit einer großen physischen Anziehungskraft einhergehen. Aber es ist nicht gesagt, ob man sich mit diesem heißen Flirt auch versteht. Es kann zum Beispiel passieren, dass einer der Beteiligten an dem anderen herumstichelt und glaubt, das wäre sexy oder witzig, aber es kommt gar nicht gut an. Für manche kann es funktionieren nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Aber das kann man nur mit bestimmten Sternzeichen machen, zum Beispiel mit Schützen, Widdern, Zwillingen, manchmal auch mit Wagen. Aber wenn ihr zum Beispiel mit einem Steinbock oder Skorpion oder Krebs oder eben einem Löwen zu tun habt, seid vorsichtig mit witzig gemeinten Neckereien. Das kann nach hinten losgehen. Achtet einfach darauf, wie eure Sprüche ankommen. Oder wenn ihr euch selbst provoziert fühlt, zeigt ganz deutlich, wo eure Grenze ist. Sonst ist der prickelnde Flirt schnell vorbei. Dieser Vollmond mit der Mondfinsternis hat aber auch eine heilsame Seite. Denn Chiron bildet zwei positive Aspekte zu der Vollmondspannung. Und das heißt, dass alle, die als Heiler und Evolutionsagenten unterwegs sind, durch ihre Tätigkeit ganz viel bewirken können. Wenn ihr als Berater oder Coaches tätig seid, habt ihr wahrscheinlich die Praxen voll mit Leuten, die irgendwie ausgerastet sind oder nicht mehr weiter wissen, aber dankbar eure Hilfe und Unterstützung annehmen. Teilweise ist auch ganz konkrete Heilung von körperlichen Verletzungen gefragt. Denn mit dem Vollmond baut sich erneut die Spannung zwischen Uranus und Mars hier auf, wie wir sie schon Mitte Mai erlebt haben. Und die bringt auch wieder eine erhöhte Verletzungsgefahr mit sich. Besonders in den Tagen zwischen dem 29. Juli und dem 6. August. Und besonders betroffen davon sind alle, die ihr Sternzeichen oder den Mars in Schlüsselpositionen haben, nämlich zwischen 1 und 5 Grad Löwe, Stier, Skorpion oder Wassermann. Darauf gehe ich in den Sternzeichen-Videos noch ein und ihr könnt es auch in meinem Webinar Antonias Sterne nachfragen. Also passt gut auf euch selbst und eure Lieben auf. Eins kann man ganz sicher sagen, langweilig wird dieser Monat bestimmt nicht. Das Beste aus diesen Konstellationen machen wir, wenn wir uns verlässlich zeigen, angefangene Projekte auch durchziehen und uns bemühen, Menschen, die uns wichtig sind, nicht zu enttäuschen. Wer keine privaten Verpflichtungen hat und auch keinen Urlaub macht und die entsprechende Durchhaltekraft mitbringt, kann bei beruflichen und persönlichen Projekten viel erreichen. Denn es baut sich ein positiver Aspekt zwischen Uranus und Saturn auf, der eine große Manifestationskraft hat und noch bis September weiter wirkt. Wie sich die Konstellationen auf euer Sternzeichen auswirken und wer besonders auf sich Acht geben muss, darauf gehe ich in den Sternzeichen-Videos ein. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen und wir können zum Beispiel schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ja, ich bin ganz stolz und dankbar, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos mit euren Freunden teilt, sodass sie auch informiert werden über die Botschaft der Sterne. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.